Hast du schon? Ja. Okay. Moin. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Moin. Und ja, heute mache ich mal wieder ein kleines FMA. Ich werde heute wieder auf Alfie reiten und Mama auf Kalle. Und ja, wir werden ein bisschen springen. Also es sind ein paar Sprünge in der Halle aufgebaut, meine ich. Und am Ende haben wir vor, vielleicht noch einen kleinen Ausdruck zu machen, weil jetzt ist das Wetter ja noch einigermaßen schön. Vorhin hat es auch ein bisschen geregnet. Aber jetzt geht es ja. Und ja, mal schauen, was wir gleich noch machen. Der Kalle hat sich schön eingesaut. Ja, du. Das ist ein kleines Ferkel. Mit der Einhornbürste kriegen wir das sauber. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018